und willkommen zum 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 neuen part des play yukai watch 2 die kräftige seelen oder auch kräftige seelen wie roma so willkommen ich freue mich auf jeden fall drauf auf einen neuen part des play yukai watch 2 kräftige seelen und wir sind ein zeichen nach unten gegangen und wir haben spaß und dieser part ist ein bisschen länger bei der papen ist man war nicht so lang der part ist länger also freut euch gut morgen ich kenne keine frau stimme ich kenne ich keine frau stimme wie soll ich eine frau nach sprechen oh mein gott wie fies wie soll ich eine frau nach sprechen oh gott wir sagen so hey hast du gestern abend in ein geschenk in dein tagbuch schrieben die mig habe ich irgendwie vergessen du musst es aber jeden tag aktualisieren oder du vergisst was du gemacht hast okay ich aktualisiere es machen wir auf jeden fall machen wir es okay wähle tagebuch im menü um deinen vortritt zu speichern ich glaube es habe ich noch mehr gemerkt da geht es nicht dein tagebuch häufig zum speichern zu benutzen ja ich weiß ich mache es trotzdem immer jetzt kommt ganz viele meldungen ja musician wo sich gerade hier den stream angefangen anzufangen wegen es kommen wir auch gleich die die konferenz die ich nicht mache wie gesagt ich glaube nicht nee ich mache nur nintendo nur wenn das beispiel weiß nicht was rauskommt was mich interessiert aber nicht spielen kann dann da ich denke aber nicht niemals denke ich schon nicht so papa war draußen du sollst also auch ausgehend ich muss erst das haus abschließen wie gesagt muss ich nicht gerade darauf benachrichtigt genau benachrichtigt bin genau 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 so ist der video man muss auch immer reine bild das ist auch das wichtigste immer ja spiel spiel display und so was das ist halt das wichtigste dass man auch so späße machen das ist auch gut ankommt ok kümmelt noch auf hätte gehen wie es kein wasser hat jedoch eben auf klo machen was klar ist und machen wir die kürze dazu doch nicht die waren auf klo jetzt erstmal hier haben was gemacht und ja jetzt gehen wir raus und die schuhe sind einfach angezogen die werden einfach auto angezogen krasse der auf jeden fall von jetzt jetzt in den von den eweklern und let's play eweklern genau vom spiel so eigentlich wach wie sehr dann lass uns gehen team mic natürlich gebe übrigens ist einfach eine perfekte zeit ich habe auf jeden fall auch eine perfekte zeit ausgewählt um das spiel zu das play weil ich jetzt auch kann geschrieben bin bin bis 32 wochen noch gibt es noch drei zwei wochen krank geschrieben also wird geil sein alles klar los geht's los geht's vorsichtig schatz natürlich machen wir das fand schön einkaufen oh mein gott ich ich bin echt ein fan von einkaufen ist das kann ich sagen auch jetzt eben diese klingel na gut das ist echt nervig aber gut das muss auch aufhören oder ich hoffe mal na gut das geht